Sebastian, wie geht's? Besser denn je. Ich rocke das Web. Mir fallen ungefähr eine Million Wahnsinnsideen für die Challenge mit dir ein. Wollen wir uns heute treffen? Dann erzähl ich sie dir. Hey, klasse. Ja, würd ich super gern. Du, wir müssen jetzt ins Roller, weil wir ein Treffen mit dem Geschäftsführer von Vidya haben. Ist was passiert? Nein, keine Sorge, alles in Ordnung. Uns wurde nur gesagt, dass sie uns treffen wollen. Aber wenn du willst, könnten wir uns dort sehen. Super. Okay, pass auf. Ich mach noch ein Video für meinen Kanal fertig und komm dann. Ich kann es gar nicht erwarten, dir zu erzählen, was ich vorhabe. Klasse, dann kann ich es auch nicht erwarten. Bis dann. Erzähl. Was machst du mit diesem Typen? Ich vergesse mal, wie er heißt. Sebastian, Matteo. Er hat gesagt, wir würden was richtig Cooles machen und ich vertraue ihm voll und ganz. Aber kannst du mal nicht so neugierig sein? Wir müssen uns jetzt auf Wichtigeres konzentrieren, auf das, was Vidya sagt. Das werden wir noch früh genug erfahren. Kannst du mal nicht so neugierig sein? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie uns so dringend sehen wollen, können es keine guten Nachrichten sein. Schlechte Nachrichten erreichen einen immer schneller. Entschuldigt, Leute. Hallo, Papa. Was geht's? Wir werden hier sehen. Nein, ganz und gar nicht. Okay, ist gut. Ja, mach ich. Ich würde mir wünschen, dass das Roller nicht... Okay, bis bald. Ich häng so dran. Ciao. Du nicht auch? Alles gut? Mein Papa kommt nach Buenos Aires. Ist was passiert? Hat er was über Oxford gesagt? Über... Was ist denn mit Oxford? Wovon redet ihr? Gar nichts. Nichts. Leute, was ist hier los? Was hast du für ein Problem mit deinem Papa und was soll das mit Oxford? Oh Gott.